Meteorologen haben trotz einer leichten Verbesserung des Wetters in Teilen des australischen Bundesstaats New South Wales vor weiteren Überflutungen in der Region gewarnt. Seit dem Wochenende sind vor allem nördlich von Sydney 18.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Am Dienstag könnte es eine Evakuierungsorder für weitere Gebiete geben, in denen 15.000 Menschen leben, wie die Premierministerin von New South Wales Gladys Berejikli ankündigt. Tagelanger Starkregen hat zuvor zu einem katastrophalen Hochwasser unter Evakuierung ganzer Ortschaften geführt. Häuser, Straßen und Felder versanken in den Fluten, viele Australier haben alles verloren. Berejikli spricht zuletzt von einem Wetterereignis, das alles übersteigt, das wir uns hätten vorstellen können. Es ist das schlimmste Hochwasser in New South Wales seit Jahrzehnten. Erst im vergangenen Jahr hatten in der Region verheerende Brände gewütet. In vielen Regionen, so auch im Süden von New South Wales an der Grenze zu Victoria, stiegen die Pegelstände am Dienstag weiter. Einsatzkräfte waren unter anderem mit Hubschraubern im Einsatz, um Bewohnern zu helfen, die durch die Wassermassen von der Außenwelt abgeschnitten waren. Speziell im Gebiet des Kolo Riva stieg das Wasser dramatisch. 500 Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, wie die Nachrichtenagentur AAP berichtete. Gleichzeitig bewegte sich das Unwettersystem mit heftigen Niederschlägen und starken Winden schnell vorwärts, daher klare es teilweise auf. Allerdings bleibe die Situation unsicher und gefährlich.